Who knows. Das werden wir rausfinden. Das wissen die Ärzte selber nicht. Okay. Okay. Strange. Interessant, aber strange. Ja, wie gesagt, das ist halt die Problematik an der Sache. Das Ding nennt sich CRPS, Morbus Zudeck. Und man weiß, dass es das gibt, aber man weiß nicht, wie man es los wird, weil man noch nicht weiß, was es auslöst. Ja, das ist total geil. Unkaufel geht nicht, da hast recht. Und ich habe auch nicht vor, aufzugeben. Also so ist es nicht. Aber sind aktuell vier Ärzte dran. Irgendeiner wird schon die Lösung auf die Frage bringen, vielleicht. Und im schlimmsten Fall gibt es halt eine Umschulung, was mich auch nicht stört, aber dann mache ich auf meinen Bachelor halt ein Master und dann ist mir eigentlich Wurst. Ich habe damit kein Problem. Okay, ich gehe mal davon aus, das sind wir. Okay, update time. You heard back from Jen yet? Um, no. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight. Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Oh, how about, yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the love witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back. You'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud. Everybody's wasted. Yes, Sean. You just described a party. Well, the suspense is killing me. It's dad wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party. What? Really? Yes. Told you I would work my matchmaker magic. So what should I work tonight? A condom. Oh, haha. Pay plenty of attention in sex ed class I see. Oh, man. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbors is an asshole. Yep. Always true to himself. Er ist sich treu. Man muss es schaffen. Irgendwie. keine Ahnung. Sich selber so alt zu sein. Aha. So komische Stimmung im Spiel, find ich. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit her not? Hm. Wollen wir ziehen oder nicht? Was meint ihr? Ich bin mal, ich bin befangen. Ich, äh. Ja. Gut. Erst mal ne Pfaffa. Die Jugend immer. Ja. Okay. Ja. Genau. It's Friday. Wo er recht hat. Ist Freitag. Lass uns eine Rauchen. Keine Vorbildfunktion. Ja. Ja. Meint jede Entscheidung in dem Spiel hat bestimmt irgendeine Auswirkung, ne? So. Thanks for making me smoke again. Well, then I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Hm. Huh. Speaking of weed, I got that cover tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you doing? Don't move. You're my human post-it note. First we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course we must not forget ze booze. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Hmm. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C O N D O. Oh, stop! You're out of room punk! Gute Zeichnung. Ist das ein Penis? Ja, wenn es kalt wird, klar, eine Decke. Auf jeden Fall. Dass du dir irgendwie eine alte Eier holst oder so. Das ist eine gute Zeichnung. Ja, ich würde sagen, gute Zeichnung. Weil Penis, nein. Also für einen Penis sieht das für mich nicht aus. Nee. Oder für das andere ist Zwinker. Ja, deswegen hat er ja dieses eine Kondomanweisung. Aber, ey, Kondom ist definitiv sinnvoll. Von daher Rufpasse. Immer, immer schön am besten mit, weil zwei Varianten oder drei Varianten. Du hast Glück. Du hast verschissen. Pech. Niemann geschwängert. Wie auch immer. Oder du holst dir noch ein Überraschungspaket mit. Mit Syphilis, Tripper, Chlamydien, whatever. Von daher lieber mit. Sei kein Dummi und nimm den Gummi. Das, was Mogge sagt. Woa. Gut, Lila. Daniels Teacher würde dich stolz von dir. Ha. Der pretentie Arzt hat gesprochen. Geh nicht vor mir oder du kannst mehr von meinen Fähigkeiten sehen. Was? Kann es sein, dass die verknallt ist in uns? Wirkt was so. Immer Freunde. Oder? Ja, würde ich schon sagen. Man braucht Freunde in der Zukunft auch. Und da bietet es sich an, wenn man natürlich jemanden hat, den man schon ewig kennt, solange sie jetzt nicht verkracht und dann aus den Augen verliert. No es possible. Nein, würde ich nicht sagen. Das klingt immer so hart. Man könnte es auch als Spaß ausdrücken, aber es wirkt eher so, als wäre da eh ein bisschen mehr als nur Freundschaft. Also entweder eine sehr gute Freundschaft oder vielleicht sogar ein bisschen Gefühle untereinander. Ja, Mann. Internet? Was ist das? Was ist das? Ich komme aus Deutschland. Ich kenne kein Internet. Kann man das essen? Okay. Es geht weit ab und ich muss mein Outfit für heute Abend skype mich später, wenn du bereit bist. Hugs. Ich spreche mit dir bald. Schon eine interessante Beziehung, die die zwei haben. Hey, hey, hey. Perfekt. Nur das Sonne, den ich wollte sehen. Oh, sicher. Aber ich bin ein bisschen beschäftigt. Sie sah Lila? Sie sagte, wir können in den Filmen nächsten Wochen. Sie sagte... Oh, Gott. Ich habe zu gehen. Ich habe zu gehen. Ich habe zu sein, für ein Party und was. So... Wenn du willst, zu ein Party und was. Du musst es earnen. Ihr Honor. Oh, shit. Hey, ich habe das Wort. Ja, ich habe das Wort. Ja, bitte. Judge Diaz, be ein Beispiel für die Städte und die Gesellschaft. Dann kannst du gehen, oder gehst, oder... Whatever. Now, who deserves to eat this final Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde das Prinzip gerade sehr interessant. Also es spiegelt ein bisschen so Demokratie in der Familie wieder. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir fair sind, haben beide was davon. Wir können es natürlich auch nur einen zusprechen. Aber ich würde einfach, der Fairness halber, dann haben beide was davon. Er ist ja der kleine Bruder und natürlich möchte der Vater auch eine Kleinigkeit. Und daher finde ich, Teilen habe ich immer einen ganz guten Anspruch. Ist auf jeden Fall ehrlicher. Ach. Okay, ich dachte eigentlich, dass es sich so entscheidet, dass es dann beide kriegen. Aber gut. Hm. Okay. Aber gut. Okay. Sekunde, ich muss mal ganz kurz hier was wegklicken. Immer diese tollen Pop-Ups, die beim Spielen kommen. So. Okay. Dann schauen wir uns morgen. Gut, Herr Schüttur und Schuhe. Wütender Hinweis. Das ist richtig. Ge-Bende-Hu. Hat er gerade geflucht? Gut. Mr. Diaz. Das ist mein netter Nachbar. Super nett. Bau und Zaun oder es gibt Strafe. Das ist ja schon fast deutsch. Das ist schon fast typisch deutsch. Okay. But. Kamin. Headset. Playbox. Altes Essen. Das sieht schon echt geil aus. Ich bin jetzt auch nicht so der absolute Car-Fan und kenne mich da voll aus. Nicht der komplette Autofan. Aber hey. Ich kann trotzdem sagen, das Auto ist geil. Okay. Ich bin auch nicht sportlich. You do you, Dad. Ja. DVDs. Abba's Zimmer. Okay. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie an Bier rankommen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Öffne deinen Rucksack und überprüche die Ziele. So. Was müssen wir machen? Nach Snacks suchen, Tricks für Eriks Party finden, Papa um Geld bitten, eine Decke finden. Okay. Dann schauen wir mal in den Kühlschrank. Vielleicht kriegen wir ja was her. Ha. Was? So viel Bier? Also ein bisschen viel. Ja, sie hat ja gesagt, Bier und Lebo. Also wollen wir uns zusammenlöten oder wollen wir uns gesittet verhalten? Wir können natürlich brav sein. Abfüllen. Okay. Dann füllen wir uns mal ab. Bin mal gespannt, was das für eine Auswirkung hat. Snacks. Gibt es hier noch Snacks? Kekse. Halloween-Süßigkeiten. Chips. Chips gehen immer mit Bier. Boxes und Chips. Kekse ist so. Äh. Ich würde sagen Chips. Was sagt ihr? Kekse, Gummibärchen oder Chips. Ah, Halloween-Süßigkeiten sind schon ein bisschen alt, oder? Achtung. Don't eat for Halloween. Okay. Ja, hat sie doch gesagt. Na gut, dann nehmen wir Chips. Ich hoffe, es gibt auch reale Essen an dieser Party. Okay. Dann. Jetzt sind wir da auf jeden Fall schon mal safe. Mais-Sirup. Und Whiteboard. Was steht denn da drauf? Meet the DS. Organization Experts. Alles klar. Pizza. Sean, Dad and me. Das ist ehrlich. Sean kriegt fast nichts. Dad kriegt wenigstens ein bisschen mehr. Na ja, und der Kleine, der haut richtig rein. Und scheiße. Haha, nice. Nice. Neue Nachrichten halt von Lila. Wo ist mein Handy? Antworte, oder ich? Nimm deinen heißen Papa. Wow. Bist du schon bereit für die Party? Okay. 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 Kann ich antworten? Kann ich antworten? Oder? Ne. Tan. Lila ist so hyped up for tonight. Better hurry. Hitglas. Detox Smoothie. Ah. Ich habe echt nichts gegen Detox. Ist echt eine interessante Sache irgendwo. Aber. Ja. Wirkt ein bisschen komisch. Aber um Geld bitten, eine Decke finden. Okay. Wo ist Daddy? Kann ich hier irgendwie sprinten? Schneller laufen? Ne. Doch. Okay. Dann gehen wir mal runter. Ist halt irgendwo hingegangen. Ja. Wo hast du die Sachen hin? Ein Frauenfahrer? Okay. Wahrscheinlich Mutti. Okay. Ich bin tot, also... Ich hätte besser etwas Geld für heute finden. Das bist du, Choco-Thief? Hm. Ja. 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 Nicht zu erschöpfen, Kind. Du machst mich nervös. Hey. Das ist der obersten roten Schublade. Das ist der obersten roten Schublade. Ähm. Es gibt keine Schublade. Ah, schau. Es muss irgendwo anders sein. Schau dich um. Schau dich um. Ich weiß, ich habe es nahe. Es ist ein 16mm reversibler Flex-Schublade. Ein Regenbauer-Schlüssel? Das war definitiv mein Plan für heute Abend. So, ja. Ähm. Ja. Sam kam bei der Garage heute Abend. Ich sagte mir, ich sage dir, hi, Freunde. Wie ist das? Du weißt, alle Fossil-Schläge wie uns nicht heilen, wie du es machst. Hey, ich habe es. Ich denke. Nein. Ich brauche einen mit einem schwarzen Schublade, damit ich seine Richtung verändern kann. Oh, Mann. Jetzt sind wir auch noch Knie-Fiesler. Der möchte den mit Richtungswechsel. Nee, das ist er nicht. Er möchte den mit dem schwarzen Schalter. Das ist der Richtungswechsel anders. Ah. Ah, das ist er. Schauen wir mal. Oh, Mann, ey. Kannst du jetzt mal genauer sagen, was du möchtest? Dass wir auch noch einen flexiblen Kopf haben. Ah, der hat keinen richtig flexiblen Kopf. Der nicht. Noch irgendwo was. Nee. Werkzeug. Ah. Ja. Ja, ja. Du wolltest was mit Flexkopf. Hallo, das dauert. Du hast hier so wenig rumliegen. Oh, Mann. Oh, Mann. Alte Zicke. Geile Einstellung. Wozu? Ich versuch's. Ja. Sind wir einsichtig oder sind wir rebellisch? Ah. Also ich find die Einstellung geil. Die ist schon heutzutage eher selten. Meistens versuchen die Eltern die Kinder irgendwo in irgendeine Kategorie reinzurücken. So nach dem Motto, du wirst mein Nachfolger. Oder du musst das lernen, weil das bringt dir so und so viel Geld. Aber es ist die Frage halt, ob es dich glücklich macht. Aber du musst es ja dann irgendwas zwischen 60 und 50 Jahre arbeiten da drin. Je nachdem, in welchem Alter du halt im Beruf antrittst. Aber im Regelfall musst du mindestens 50 Jahre daran arbeiten. Hast du auch Kids? Jo. Zwei. Zwei Stück. Manchmal eine kleine Herausforderung. Ich würde sagen, ich versuch's. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, welche Richtung du gehst. Du bist nur 16 Jahre alt. Du hast Zeit, um es zu entscheiden. Trust mich. Es dauerte mir auch ein Zeit. Und... Bist du dich glücklich mit dem? Ich meine... Dein Job? Hier leben? Natürlich bin ich. Wir machen gut. Vielleicht ein Tag, wenn ich gehe, gehe ich zurück in Mexiko. In Puerto Lobos. Aber bis dann... Oh. Ich habe das schon gehört. Hm. Ich weiß nicht, warum ich dir ein süßes Auto für die Graduierung schreibe. Hm. Ach, das ist für uns. Das ist cool. Das ist abgefahren. Ah, schon. Also. Dass er halt uns, weil er, keine Ahnung, finanziell vielleicht nicht Möglichkeiten hat, uns sich hinhockt und jetzt schon ein Auto zusammenbaut. Dass es fertig ist, wenn wir mit der Schule abgehen. Finde ich schon geil. Finde ich absolut sympathisch. Na, wer ist so schön sympathisch? Man kann sie unterhalten. Was? Man ist hart, nein, man. Er weiß gar nicht, was Cockblocking ist. Er schaut dich an, Jean. Probierst ihn zu helfen. Das ist für die Familie. Die Dinge sind ziemlich gefährlich in diesem Land. Ja. Oh, um... By the way... Ha! Ich wusste, wie lange es dauert. Du brauchst Geld für die Party heute Nacht, oder? Ah, 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 ah. Just be honest mit mir. Keine Bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Ja, wahrscheinlich. Oder nur Halloween-Kram. Sind wir kackenerlich? Und sagen... Vater, also davon holen wir uns 5 Gramm. Oder... Sagen wir Halloween-Kram. Hm. Lustig wird's, wenn sie in die Pubertät kommen. Zwei? Nur Halloween-Kram? Okay. Ja... Das ist nicht mehr so lange hin, glaub mir. Was? Ja... Bist du hättest. 20 bucks? Das ist das? Du kannst du viel Halloween-Kram und arbeiten für 20 bucks? Unless du lest deinen Arsch auf. Remember... No eating candy und driving. Du gott? Tell Lila, too. Du hörst mich? Ja, Herr. Ech. Just be careful. Finde ich irgendwie genial. Wären wir jetzt ehrlich gewesen, hätten wir mehr bekommen. Und ich sagte, hey, bist du ein Kind? Lass es auch raus, aber sei vorsichtig. Aber wenn wir natürlich flunkern und sagten, ja, du kriegst halt nur die Hälfte, weil... Ja. Interessante Einstellung. Hat man in der heutigen Zeit eher selten. Wir fragen mal. Oh, mein Gott. Aber ich kann mich in der Situation sehen. Ich glaube, ich wäre genauso. Aber du weißt genau, weißt hundertprozentig, dass es ihnen peinlich ist. Und du drückst es ihnen noch so ein bisschen schön rein, wie Salz in die Wunde. Ah, das ist mein Humor. Okay, okay, have fun, but not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you, too, I love you, too, hijo. I love you, too. Bis zum nächsten Mal.